assalamu alaikum meine lieben wir haben wieder pakete von der lieben so die wishlist so ein spiel für die kinder table und dann kam was falsches das nicht das aufmachen ich weiß nicht da steht mein name drauf aber ich habe das nicht bestellt weiß noch nicht mal was das ist guck mal was ich muss auf guck mal was ist es ist ein fußstopper für die stühle zum das ist doch oder sollen das eiswürfel sein das was zum essen pralinen machen silikondinger ich habe keine ahnung kuss wieder zurück jones gib mir kommt man kurz fest ich mach das ist gefährlich mit dem messer ich will es machen das andere meins jones meine füße hast jetzt gefilmt ein nein ein ein bisschen nur ein bisschen nur ein bisschen die füße was ist das problem wo sich das das tor echt ja wo ist der fußball also nee das ist doch wieder schrott ja der fußball der ist drin den muss aufpumpen also mit der pumpe auch gut super ist auch gut also das ist hier ab drei wir haben so ein kleines tor bestellt es kommt der winter sind die kinder mehr draußen nein nicht mehr draußen na doch draußen spielt ihr jetzt mehr das ist nicht fürs haus das ist für draußen ja habt ihr ein tor so halt mal bis ich will es machen halt mal wir tun wir alles raus oh was ist denn das das soll der fuß oh nein wie klein ist denn das leben wir allein das ist doch auch nichts für das geld jones das schicken wir zurück boah wenn das der vater sieht der lacht uns mit dem popo aus mahmut just come malisch bau das tor mal auf oh my god oh it comes in underwear come come look you think what is this it's a table and this is the cabas look like a hoggan also this we send back for 400 500 pound heart attack and this open this this is the next what we throw away also nee you can see it it's coming back i order new don't look to me mahmut and go away for the cigarette in front of the children also nee hier steht sogar noch keiner drauf das ist voll cool das ist gar nicht cool das ist Schrott Nummer 1 oh nee leute jetzt habe ich Angst was kommt das wird auch wieder so ein Schrott sein komm guck mal raus komm oh das kannst alles die haben gesagt aus Karton äh aus Holz das ist doch hat der Karton also hä so klein äh nee das war 600 Pfund ach nee das ist immer für Säckel da kriegst du Miniaturgröße das ist ein Spiel für Ameisen nee also das müssen wir zurückschicken das kriegst alles das ist viel zu teuer das ist cool also was ist daran cool cool ist das Geld hier das ist richtig cool und das sind die Spieler hast du Bock oh nee wir gucken mal also es ist alles Schrott 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 guck dir mal das an da fehlen Schrauben das muss ich installieren und ach alles kaputt alles kaputt alles Schrott Jonas will die Spritze behalten hey do you know what this is for that this is all here this must be this for this and this for that was also wir stehen alles zurückschicken und dieses komische your mother pays meine Schwiegermutter 1900 Pfund bezahlt für die beiden Sachen Jonas this must be back in the package ist so schön ist eine Spritze ja für den Aufruhen das ist voll cool ja für so einen kleinen Fortsball tu mal das raus bitte wieder wie geht das raus der muss auch da rein hol die Luft raus huh the comment was not so bullshit und Femenik without comment ich auch keine comment Mahmood wenn ich nicht satisfied ich gebe es und ich sage 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 die meisten von amazone nach der closes und Mashi Mahmood ich sage ich sage die Seller aber ich sage dass vielleicht jemand fühlt es super wer weiß und wir haben problem later mit that we get problems in the religion that we make bad comment to people I don't want this leave it entsteht kena drauf kena oh nee wieder was gelernt kauf koi spielzeug in amazon das ist wirklich richtiger bullshit is is this I don't think you get this inside beside you I this cartoon beside you also must be first the cartoon hello this why why this is for this bullshit small bullshit oh yeah and this was without keys oh lord so bis jetzt das waren die besten sachen die wir gedacht haben gell is like the shoes yeah oh man kriegst das was kriegst nicht raus gell da geht ja look it out also nicht na sie läuft vor ärger ich mache ich mache jetzt alles zurück we don't need to stress you we can get back in the counter but I always refuse okay we get it more we are a good client there got up and stress i don't know what is never i have an information about that it's written something what could be show me show me no what i have i i have to stifte bestellt and then i something Ja, Jonas, jetzt kann ich auch schon meine Beine, du hast mich ganze Zeit meine Beine ausgenommen. Ich bin ganze Zeit nackt in dem Video. Ich muss überall Herzen drauf machen. Also es ist eine pure Enttäuschung. Mama, das ist so schön. Das geht kaputt in einer Sekunde. Du hast gesehen, wie instabil. Ich dachte, die Fotos sind immer so gut. So ein kleiner Ball da, der ist ja kleiner als ein Handball. Schrott, man sieht der Hund da draußen, beißt einmal drauf, zack, kaputt. Na ja, so sieht es aus jetzt. Wieder mal eine Erfahrung mehr. Ja, broke everything inside. Put this out and make first a cartoon. Whatever. The bullshit, you must use that bullshit. But he don't bring it bullshit. It's not his mistake. But the bullshit was inside. The bullshit was inside. Hey, wait, this is here. I don't know for who is this. Put this to something. Please make it this time in the counter, that we look. Oh, my shit. Will you make it or not? Ja, Jonas, I'm sorry. Big money. Big, big money. I don't know if this is my town. Jonas? Ja. Gammes. Yes, I found it here in every chair. I say, but your mother, she must give all. Ah, this is his real face. Right? One gallam, beß. And next time, if coming mean, the owner from Amazon, don't come to the bedroom when I am sleeping inside. Ach, du hast dich, du hast mich aufgeweckt. Genau, Mama, Mama. Ich dachte, was? Du musst wissen, wenn wir schlafen, niemand kommt ins Schlafzimmer. Wir sind jetzt beide kretig, Jonas. Kretig heißt schlecht gelaunt. Ja, so geht's ab. Amazon versäckelt uns. Hast du heute kein Koran? Koran. Koran. Ja, das ist dann bald. Jalla, das war's im Video, Leute. Ihr seht, sehr enttäuschend. Die Wunschliste war heute. Die Hassliste. Trotzdem, die Absicht von euch war toll. Dankeschön, Susu. Aber das war, wenn jetzt der Wok kommt, wenn der Wok kommt, und das ist auch so ein kleiner Schrott, dann, Tschüssinger, dann koche ich kein Chinesisch. Ja, bis die Tage. Salamu alaikum. Mas Salamu alaikum. Give my wife advice to stop this. Who is this in the phone? Amu Sharif. Like she understands English. Ja. That I say to the... Ah, people. Follower. Follower. Ja. Yalla, ciao, ciao. Ich bin am Ende, meine Nerven. Hat mich so gefreut. Das war nix. Wer hat Auge gemacht? Da hat jemand doch Auge gemacht. Sag. Ich nicht. Ich nicht, auch auch nicht. Na gut. Du kommst grad richtig. Amazon hat nur Schrott gebracht. Das kleine Tor, alles Schrott. Der Tischfußball zum letzten Schrott. Und dann habe ich noch eine Fehlbestellung bekommen, die ich gar nicht bestellt habe. Irgendwelche... Also guck mal den Schrott an. Für 1900 Pfund ist alles. Das ist der letzte Schrott. Was sagst du dazu? Das da kann man aber vielleicht... Nee, das kann ich gar nicht. Ja, alle... Zusammen bauen. Das ist vielleicht ganz wichtig. Ja, das ist Instagram. Weißt du, wie klein das... Der ist kleiner als ein Handball, das ist der Fußball. Das ist ein kleiner Schrott. Da beißt eine Katze einmal rein, zack, kaputt. Was ist das? Das ist so wenig kleine Zettel, das ist für zu Hause. Hast du es schon gemacht? Ich habe die Hände geblüht. Alhamdulillah. Okay, jetzt aber. Tschüss, Singa. Ja, Mama. Gehen wir aufs Laufband. Ja, ich bin zuerst. Das war ein Witz. Die Leute sollen denken, wir sind sportlich. Macht gar nichts. Sie geht in Küche. Dass du mir immer alles kaputt machst. Wir gehen jetzt aufs Laufband. Da sind noch die Spenden für das Scherch. Haben wir vergessen. Bin auch durch den Wind. Bis die Tage, Marcel Emma. Bye, bye. Bye.